Uttita Trivikramasana ist der stehende Spagat, wörtlich übersetzt, stehende Drei-Schritte-Stellung, die Stellung von Vishnu, der die drei Welten regiert. Ausgangsposition, Stehhaltung, beuge ein Knie und fasse dann mit beiden Händen um den Fuß, strecke das Bein aus und gib das Bein so hoch, wie du kannst. Das ist Uttita Trivikramasana, auch genannt stehender Spagat oder Uttita Dvipada Dvihastapadasana.